Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Fernsehserien. Seit 1998 läuft in aller Freundschaft. Jeden Dienstag in der ARD. Am 14. Dezember wird die 500. Folge ausgestrahlt. Und in der wird es um das Team von Professor Simoni und Chefarzt Dr. Heilmann besonders spannend. Wenn wir miteinander fertig sind, dann ist deine Approbation Vergangenheit. Das schlöre ich dir! Ach ja, wirklich? Ich fühle dich nicht zu sicher! Jetzt stehe ich hier. Ich bin deine Frau. Kennen Sie eigentlich meine Frau? Was soll ich dazu sagen? Sie brauchen überhaupt nichts zu sagen. Sie ist kein Nachmittag mehr zu Hause. Ja, aber... 6,2 Millionen Zuschauer schalten durchschnittlich bei jeder Folge von In aller Freundschaft ein. Gedreht wird die Serie in Leipzig. Doch in der Sachsen-Klinik läuft nicht immer alles nach Drehplan. Sie kribbelt so ein bisschen, aber es tut schon seit Wochen. Ja, und jetzt? Jetzt kribbelt es gerade, ja. Also ich hab sie da. Jetzt kribbelt es gerade. Warum fragst du doch was? Das steht im Buch. Ach wirklich? Ja. Haben wir noch nie gemacht? Sie haben auch schon spült. Dann können Sie sich im heimischen Bett weiter mit Frau Dr. Eichhorn vergnügen. Was ist los? In den bisher produzierten Folgen wurden insgesamt über 8.000 OP-Masken genutzt, 967 verschiedene Krankheitsbilder behandelt und über 300 Liter Filmblut verbraucht. In aller Freundschaft läuft immer dienstags um 21.05 Uhr in der ARD. Komm schon! Wett vom Tisch! Wett vom Tisch! Vielen Dank.